So, in diesem Video schauen wir uns ein ganz wichtiges Teilgebiet der Physik an, und zwar die Kinematik. Bei der Kinematik ist man daran interessiert, wie sieht die Bewegung von irgendwelchen Objekten oder von irgendwelchen Teilchen aus. Wir sind nicht daran interessiert, warum bewegen sich diese Objekte so, also wir sind nicht an irgendwelchen Kräften interessiert, sondern wir schauen uns nur an, wie sieht diese Bewegung aus und wie können wir die mathematisch beschreiben. Beispielsweise sagen wir mal, du beobachtest eine Fliege. Diese Fliege, die bewegt sich entlang dieser Flugbahn durch den Raum. Und du möchtest jetzt irgendwie diese Flugbahn mathematisch beschreiben. Wie würdest du das machen? Zuerst mal kannst du die Position dieser Fliege mit Hilfe von einem dreidimensionalen Vektor beschreiben. Diesen Vektor, den bezeichnen wir als den Ortsvektor, meistens wird er mit einem kleinen r gekennzeichnet. Und dieser Ortsvektor besteht wie jeder dreidimensionale Vektor einmal aus einer x, aus einer y und aus einer z-Koordinate. Dieser Vektor, der kann uns jetzt aber nur die Position dieser Fliege zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben. Einen kurzen Zeitpunkt später befindet sich diese Fliege zum Beispiel an dieser Position und dann sieht der Ortsvektor wieder anders aus. Eine kurze Zeit später befindet sie sich dann hier unten und so weiter. Das heißt, dieser Ortsvektor, der wird nicht immer gleich ausschauen, sondern der wird sich mit der Zeit verändern, der ist abhängig von der Zeit. Das bedeutet, dass x abhängig von der Zeit ist, y abhängig von der Zeit ist und z abhängig von der Zeit ist. Und wenn wir jetzt diese Funktionen für x, y und z kennen, dann können wir mit diesem Vektor die Flugbahn dieser Fliege genau beschreiben. Das heißt, wir können uns dann zu jedem Zeitpunkt ausrechnen, wo befindet sich diese Fliege. Schauen wir uns dazu mal ein ganz konkretes Beispiel an. Sagen wir mal, der Ortsvektor von irgendeinem Teilchen, der sieht folgendermaßen aus. Die x-Koordinate, die ist 3 mal t, die y-Koordinate, die ist 4 mal t und die z-Koordinate, die ist 0. So, zeichnen wir mal in dieses Koordinatensystem ein, wie sich dieses Teilchen ungefähr bewegen wird. Zum Zeitpunkt d ist gleich 0, wenn wir hier 0 einsetzen, dann steht hier 0, 0, 0. Also dieses Teilchen, das startet im Ursprung. Wenn jetzt die Zeit vergeht, das heißt, d wird größer, dann wird die x-Koordinate auch größer. Das heißt, dieses Teilchen, das bewegt sich in x-Richtung. Wenn die Zeit größer wird, dann wird auch die y-Koordinate größer. Das heißt, gleichzeitig bewegt sich dieses Teilchen auch in y-Richtung. Und wenn es sich zugleich in x- und y-Richtung bewegt, dann bewegt es sich irgendwie so schräg in diese Richtung. Die z-Koordinate, die ist immer 0, das heißt, das Teilchen bewegt sich immer hier in dieser x-y-Ebene. Und diese gerade Linie, das ist jetzt die Flugbahn unseres Teilchens. Wenn wir jetzt zum Beispiel interessiert daran sind, wo befindet sich dieses Teilchen nach, sagen wir mal, 3 Sekunden. Setzen wir hier für d einfach 3 ein, dann steht hier 3 mal 3, das ist 9, 4 mal 3, das ist 12 und z ist 0. Das heißt, nach 3 Sekunden befindet sich es bei 9 und y ist gleich 12, also sagen wir mal ungefähr hier. Und so können wir uns jetzt die Position unseres Teilchens zu jedem Zeitpunkt ausrechnen. Damit hätten wir schon mal die Flugbahn beschrieben. Jetzt sind wir noch interessiert daran, wie sieht die Geschwindigkeit dieses Teilchens aus. Beziehungsweise dieser Fliege. Die Geschwindigkeit, die beschreibt uns ja, wie ändert sich der Ort von irgendeinem Teilchen mit der Zeit. Das heißt, die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Ortsvektors nach der Zeit. Falls du dich fragst, wie kann man denn so einen Vektor nach der Zeit ableiten? Das ist ganz einfach, man leitet ganz einfach die einzelnen Komponenten nach der Zeit ab. Das heißt, die Geschwindigkeit ist dx dt, dy dt und dz dt. Und so kann man sich den Geschwindigkeitsvektor berechnen, wenn wir die Teilchenbahn kennen. Zeichnen wir mal diese Geschwindigkeitsvektoren hier in diese Flugbahn ein. Das würde folgendermaßen aussehen. Zum Beispiel der Geschwindigkeitsvektor zu diesem Zeitpunkt, der zeigt in diese Richtung. Der Geschwindigkeitsvektor, der zeigt immer tangential zur Flugbahn. Und die Länge dieses Vektors, die beschreibt uns, wie schnell sich diese Fliege gerade bewegt. Wir würden zum Beispiel der Geschwindigkeitsvektor zum Zeitpunkt ausschauen, an dem sich diese Fliege an dieser Stelle hier befindet. Dieser Geschwindigkeitsvektor würde ungefähr so aussehen. Der ist tangential zur Flugbahn und sagen wir mal, der ist jetzt etwas länger. Das heißt, hier bewegt sich die Fliege etwas schneller als hier. Berechnen wir mal den Geschwindigkeitsvektor für unser konkretes Beispiel. V von d ist gleich. Wir müssen jetzt einfach nur die einzelnen Komponenten nach der Zeit ableiten. Die x- und die y-Koordinaten, das sind beides lineare Funktionen. Und wenn man die ableitet, dann bleibt einfach dieser Koeffizient hier stehen. So x ist 3, y ist 4 und 0 abgeleitet ist 0. Das heißt, unser Geschwindigkeitsvektor, der sieht folgendermaßen aus. Zeichnen wir mal diesen Geschwindigkeitsvektor zu diesem Zeitpunkt hier ein. Der würde dann ungefähr so aussehen. Der zeigt genau in Richtung dieser geradlinigen Bewegung. Und du siehst auch, dass in unserem Fall der Geschwindigkeitsvektor nicht abhängig von der Zeit ist. Der ist immer konstant. Der wird zu jedem Zeitpunkt immer in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, wir haben hier eine geradlinige Bewegung mit einer konstanten Geschwindigkeit. Wir können uns diese Geschwindigkeit auch ausrechnen. Das ist ganz einfach der Betrag dieses Geschwindigkeitsvektors. Der Betrag sieht folgendermaßen aus. Der ist 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat plus 0 zum Quadrat. Das ist 0, das können wir weglassen. Hier steht dann 9 plus 16, das ist 25. Die Wurzel aus 25, die ist 5. Und wenn wir jetzt hier SI-Einheiten verwenden, dann wären das 5 Meter pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit dieser geradlinigen Bewegung. Schauen wir uns jetzt noch die letzte Größe an, an der man interessiert ist. Und das ist die Beschleunigung. Die Beschleunigung, die ist definiert als die Änderung dieser Geschwindigkeit mit der Zeit. Das heißt, der Beschleunigungsvektor ist die Ableitung des Geschwindigkeitsvektors nach der Zeit. Das bedeutet, diesen Geschwindigkeitsvektor, bei diesem Geschwindigkeitsvektor, wieder jede einzelne Komponente nochmal nach der Zeit ableiten. Wenn wir das in unserem Beispiel machen, dann würde das folgendermaßen aussehen. Die Beschleunigung abhängig von der Zeit ist gleich die Ableitung dieses Geschwindigkeitsvektors. Das heißt, einmal 3 abgeleitet, das ist 0. 4 abgeleitet ist auch 0. 0 abgeleitet ist auch 0. So wir haben hier eine unbeschleunigte Bewegung. Die Beschleunigung, die ist 0. Und das ist jetzt eigentlich schon alles, was du zur Kinematik wissen musst. Du musst wissen, was versteht man unter diesem Ortsvektor, wie kann man sich die Geschwindigkeit ausrechnen, wie kann man sich die Beschleunigung ausrechnen. In den nächsten Videos schauen wir uns dann noch ein paar ganz einfache Beispiele an, zum Beispiel den freien Fall, den schrägen Wurf oder die Drehbewegung, die Rotation. Die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, die verlinke ich dir jetzt noch unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020